Herzlich willkommen beim Video, warum OER nutzen. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die Vorteile und Möglichkeiten von OER. Sie können damit Ihr Grundlagenwissen über OER fördern. In diesem Video darf ich Sie in die Welt der Möglichkeiten von offenen Bildungsressourcen, kurz OER, also Open Education Resources, begleiten. Zumeist hat man aus einer Perspektive zunächst Kontakt zu OER, aber je länger man sich als Lehrender, gerade auch im Hochschulraum, damit beschäftigt, entdeckt man zunehmend weitere Vorteile. Aber versuchen wir es der Reihe nach. Das erste und oft auch augenscheinlichste Argument für OER ist das restriktive Urheberrecht. Gute Lehrende kombinieren gute vorhandene Materialien für die Bedürfnisse ihrer Lernenden. Und das Urheberrecht im mitteleuropäischen Raum verbietet jedoch die Nutzung von Materialien anderer Urheberinnen und Urheber ohne deren ausdrückliche Zustimmung. Einzelne Verträge sind kompliziert und auch unhandlich. Und wenn man also Lern- und Lehrmaterialien jetzt mit offenen Creative Commons Lizenzen versieht, können diese Materialien jedoch genutzt werden. Und durch die Lizenzangabe, die wir so setzen, ist also sofort klar, dass ich Ihre Materialien verwenden darf, beziehungsweise auch umgekehrt, dass Sie meine Materialien verwenden dürfen. Es werden also keine lästigen Anfragen, keine schriftlichen Bestätigungen notwendig. Es funktioniert ganz einfach. Das kann man beliebig weiterspinnen. So ist zum Beispiel denkbar, dass Sie Lehrmaterialien von Kolleginnen und Kollegen einsetzen möchten. Ein Beispiel, welches gerade an der Hochschule Alltag ist. Ist das Skript Ihrer Vorgängerin offen lizenziert, ist das alles kein Problem. Abseits vom Urheberrecht ist OER generell spannend für die Lehre oder den Unterricht. Studierende oder Schülerinnen und Schüler müssen in verschiedensten Situationen zusammenarbeiten, gemeinsame Dinge ausarbeiten, miteinander kollaborieren. Da hätte natürlich jeder von uns gerne Unterlagen, die das erlauben und das teilen und gegebenenfalls auch wiederveröffentlichen, alles kein Problem ist. Co-Creation und Kooperation lebt natürlich von Möglichkeiten, die das grundsätzlich unterstützen. Die Auswahl von Inhalten wird durch OER flexibler und durch oftmaliges Wiederverwenden steigt natürlich auch der Wert der Bildungsinhalte. Ein drittes Argument für OER ist, dass die Reichweite deutlich erhöht werden kann. Dies hat Vorteile, wenn es sehr spezialisierte Inhalte sind oder umgekehrt, dass vielleicht besonders viele diese Inhalte brauchen können. Das erscheint aus Sicht der Lehre generell wünschenswert, ist aber unweigerlich auch mit der Reputation einer Lehrperson verbunden. Wir dürfen also davon ausgehen, dass nicht ausschließlich Forschungsergebnisse, sondern auch Lehraktivitäten zu einem Hochschulprofil zählen. Und wenn dies durch entsprechende OER-Inhalte einfach gezeigt werden kann, scheint das auch ein Vorteil zu sein. Sichtbarkeit könnte man aber auch im Hinblick auf Wirtschaftspartner sehen. Diese werden aufmerksam auf die Tätigkeiten und so könnten auch neue Kooperationen entstehen. Mein viertes Argument für OER ist vielleicht ein sehr pragmatisches. Aber ich stelle mir selbst oft die Frage, warum jede Lehrende oder jeder Lehrende den Lehrinhalt immer selbst erstellen sollte. Es wäre doch vielleicht deutlich effizienter, wenn man die Arbeit teilen kann und gegenseitig austauscht. Gerade die Erstellung sehr hochwertiger Inhalte ist, wie wir wissen, sehr, sehr zeitaufwendig. Daher wäre hier der Einsatz von OER schnell, ökonomisch und mit einem weiteren Vorteil. Durch oftmaligen Einsatz und durch die Adaptionen werden sich wohl auch mögliche Fehler mit der Zeit bereinigen. Das fünfte Argument ist für viele nicht auf den ersten Blick zu erkennen. OER unterstützt auch die Barrierefreiheit. OERs können unproblematisch mit unterschiedlichsten Programmen und Werkzeugen einfach weiter bearbeitet werden und auch somit Personengruppen zugänglich gemacht werden, die besondere Bedürfnisse haben. Zum Beispiel, dass er sich einen Text vorlesen lassen müssen. Abschließend noch ein letztes Argument für OER. OER sind einfach nachhaltig. Sie werden adaptiert, geteilt, wiederveröffentlicht und verschwinden daher nicht einfach wieder. Sie bleiben uns erhalten. Egal ob in Repositoren, auf Webseiten oder zum Beispiel in Learning Management Systemen. Aber bei all dieser Euphorie darf man natürlich nicht verschweigen, dass es auch Herausforderungen gibt, die mit OER unweigerlich zusammenhängen. Die wohl wichtigste ist, dass die Erfahrung zeigt, dass der Aufwand für die Erstellung von Lehr- und Lehrmaterialien gerade zu Beginn steigt. Es müssen zumeist Bilder nachgezeichnet werden und das ist einfach mit Arbeit verbunden. Umgekehrt, wenn es dann umgesetzt ist, ist man durchaus flexibel und kann Lehrinhalte vielleicht schneller modifizieren oder auch neu schaffen. Auch sehen wir, dass es weiterhin knifflige Fragen gibt in Bezug auf das Urheberrecht und nicht jede Frage eindeutig geklärt werden kann, weil die entsprechenden Präzedenzfälle einfach fehlen. Und auch die notwendigen Werkzeuge, die die Arbeit deutlich erleichtern würden, zum Beispiel für das automatisch korrekte Attributieren von genutzten Ressourcen, fehlen einfach noch oder sind erst in der Entwicklung. Ich möchte aber hier nun nochmals zusammenfassen und die sechs Argumente für OER zur Wiederholung nochmals benennen. OER, also offene Lizenzen, ermöglichen urheberrechtskonforme Nutzung von Lehr- und Lernmaterialien. OER ermöglicht Open Education und offene Lehr- und Lernformen. OER erweitert die Zielgruppe und die Reichweite. OER ist effizient. OER unterstützt Inklusion. Und OER ist nachhaltig. Open Education Resources haben also auch für uns Hochschullehrende deutliche Vorteile. Und das alles abseits von dem generellen Potenzial für die Gesellschaft von morgen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Wissensgesellschaft werden, dann ist es eigentlich unerlässlich, den Zugang zu Bildungsinhalten zu erleichtern, wo es nur geht und damit lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Open Educational Resources ermöglichen die urheberrechtskonforme Nutzung von Lehr- und Lernmaterialien. Sie ermöglichen Open Education und offene Lehr- und Lernformen. Sie erweitern die Zielgruppen und die Reichweite. Sie sind effizient. Sie sind nachhaltig. Sie unterstützen Inklusion und sie ermöglichen in der gegenwärtigen Wissensgesellschaft das lebenslange Lernen. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihr Grundlagenwissen über OER erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!